Du kannst da nicht rausgehen. Du weißt, wie gefährlich das ist. Das macht ihn nicht wieder lebendig. Dir wird es danach nicht besser gehen. Tu es nicht. Es ist spät. Du solltest gehen. Der Verkehr in der Innenstadt nimmt rapide zu. Die Bürger beeilen sich, nach Hause zu kommen. Wenn sie nicht perchen, sollten sie die Straßen so schnell wie möglich verlassen. Da draußen herrscht bald Krieg. Komm schon! Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Perch, der Säuberung. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für zwölf Stunden erlaubt. Rettungskräfte stehen nicht mehr zur Verfügung. Ihre Regierung dankt ihnen für ihre Teilnahme. Was ist das? Die heutige Nacht erlaubt uns, sich zu befreien. Amerika, eine wiedergeborene Nation. Fahr einfach, einfach fahren. Halte dich an dem Plan. Danke. Kommen Sie mit. Hey, wir müssen hier weg, schnell, bitte! Ich muss dich beruhigen. Los, schnell! Wir sollten nicht hier draußen sein. Solange wir in Bewegung bleiben, passiert uns nichts. Leute wie wir überleben diese Nacht nicht! Oh mein Gott! Wo bringen die uns hin? Dies ist die letzte Perch des Abends. Das Mindestgebot liegt bei 200.000. Vergiss nicht, wie viel Gutes die Säuberung uns bringt.